Hey Leute, cool, dass ihr dabei seid heute zum 15 Minuten M-Rap mit der Plüobox. Die Männer nehmen bitte 60 Zentimeter Boxen, die Frauen 50 Zentimeter Boxen. Wir machen als erstes zehn Dips, danach zehn Aufsteiger und zwei Burpees. Wir springen über die Box drüber. Es werden immer zwei mehr pro Runde. Wir werden richtig schwitzen, aber wir ziehen es zusammen durch. Let's go. Tipp 1 ist ganz klar, dass die Dips und die Step-Ups eure Burpees ermüden werden. Nichtsdestotrotz dranbleiben, Gas geben. Tipp 2, die Burpees werden von Runde zu Runde immer mehr. Sie werden sehr schnell sehr hart, unterschätzt sie nicht. Tipp 3, das ganze Workout dauert 15 Minuten. Ab Minute sieben, Minute 8 wird es richtig hart. Wir versuchen gleichmäßiges Tempo zu halten und die 15 Minuten voll zu machen. Leute, bei den Box-Dips guckt, dass ihr so tief wie möglich geht. Guckt, dass ihr die Schultern zurückkriegt. Wir wollen nicht zu weit mit den Schultern nach vorne rotieren und für Leute, die Schulterprobleme haben, guckt, dass er schmerzfrei bleibt. Okay Leute, bei den Aufsteigern unsere zweite Übung guckt, dass ihr den ganzen Fuß gleichmäßig belastet. Wir wollen das Knie durchdrücken, wollen die Hüfte durchdrücken und guckt, dass ihr im Oberkörper die Balance haltet. Unsere dritte Übung sind die Burpee Box Jump Overs. Wir legen beim Burpee, legen wir die ganzen Brust ab, springen auf die Box drauf mit beiden Füßen, landen auf der anderen Seite und gehen runter in den nächsten Burpee. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.